Meine lieben Überlebenden da draußen, seid gegrüßt und wie immer herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit Michons Reise und wir sind hier aktuell noch auf dem Schiff der Mobjack. Und wir müssen uns ein bisschen noch umgucken hier in diesen Räumchen, kann man glaube ich sagen. Hier liegt sehr viel Zeug rum und wir werden das mal eben ganz in Ruhe uns anschauen. Was es hier noch so zu holen gibt. Okay, aufgebrochen. Der spinnt von Logan. Okay, das ist schon mal leer. Da sind noch mehr. Schränke, da ist eine Tür. Gut, da gucken wir uns die Kasse an. Starte mit Leuten für Böckstour. Ja, Lebeneinkommen, ist klar. Mal sehen, ist was drin? Kriegen wir das Ding auf? Uh. Geld ist noch hier. Kein Wunsch mit niemandem. Glas mit Süßigkeiten untersuchen. Niemand hat eine süße Züße. Süßigkeiten nehmen wir die mit. Ja, nehmen wir mit, oder? Ich habe eine von diesen in Jahren. Wer sagte, ich würde es mitmachen? Michonne teilt nicht. Verstehe. Sehr schön. Gut, dann hier nochmal ein bisschen gucken. Verkaufsautonat. Ja. Okay. Gegentreten. Du denkst, die Kantebars werden einfach magisch davon auspüren? Hey, es ist niemals zu versuchen. Nochmal? Da muss doch noch einer drin sein. Komm. Ha! Schokobar. Mega. Ja, Michonne hat einen guten Riecher. Okay. Was ist das? Fruchtgetränk. Untersuchen. Das ist bestimmt schon abgelaufen. Ich weiß, ob es noch nicht gut ist. Oh, oh. Ratten. Ei, 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 ei. Ja. Messer. Stich in den Spind. Rauskommen sofort. Wer ist da drin? Komm jetzt raus. Scheiße. Zurück. Zurück. Holy moly. Der ist aber angespannt. Greg. Was ist passiert? Ich bin Michonne. Das ist Pete. Ich bin Michonne. Und das ist Pete. Wir passen einfach durch. Ja, sicher. Ich bin sicher, dass du bist. Das Bag. Belongst zu uns. Also steck auf. Okay? Boah, ist die am Zittern. Don't be stupid. I don't want to do this. But we need that stuff. So just back up. Ja, ihr könnt sie ja haben. Take it. It's yours. Na super. Jawoll. Ja, da war ich nicht so viel. Okay, nochmal. Long. 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 Oh. 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 Holz wischen die Augen. Vorsicht. Hinter dir. Oh. Jetzt ist Michonne sauer. Boah, das war übel. Uh... Wir gehören nicht zusammen. Wir sind nicht mit ihr. Wir haben nichts zu tun mit dem Thema. Das ist ein Verständnis. Ich bin nicht sicher, dass ich dir glaube. Ich weiß, dass Sam hier nicht alles gemacht hat. Was? Hallo? Oh nein. Direkt gefangen. Das gefällt mir nicht. Was soll denn das? Ja. Machete? Any bites? Rashes? Coffin? Nein. Sie sind clean. Wir brauchen diese Weapons. Nein. Sie werden sie zurück. Als wir das alles haben... Schau mal, Frau. Du bist genug genug. Ja. Du weißt, wenn ich meinen Weg hatte, dann würde ich dich auf die Seite legen. Und dann sehen, wie gut du schwimmst, mit deinen Händen hinter dir. Der Mann könnte mit mir sprechen. Vielleicht kann ich ihm zu hören. Ähm... Michonne. Äh... Ich hab nichts von euch gestohlen. Du bist wahrscheinlich derjenige, der ihn nahm. Ich hab nicht mit dir gesprochen. Mal sehen, hier. Ein schöner Machete. Sie haben die Walkers da hinten gehalten, aber... Wie bist du gegen etwas, das wirklich nachher kämpfen kann? Es ist ziemlich stark. Du hast gut geholfen von diesem Blatt. Verdammt gut. Ich bin verdammt gut. Ich glaube. Ich bin halt. Wirken wie dieses Blatt, du musst dich schüttern in close. Und verletzt. Du weißt, jede Person, die wir leben haben... Sie haben etwas mit ihnen zu sterben. Wer war das für dich, euer Wunder? A Mutter? A Vater? Ein paar Seine vielleicht? Uh-oh. Da hast du verdammt recht. Der Blick. Monroe. Cool. Ich war hier noch nie. Okay. Na, immerhin leben wir noch, ne? Ich bin gut, Jonas. Ich bin gut. Ich bin gut. Hier. Ich habe deine missingen Medizin gefunden. Danke. Ich werde das zurück in die Krankenhaus. Hey. Dein Job ist noch nicht fertig. Komm schon. Jawohl. Randall, was ist alles? Oh, damn. Ich hoffe, ich werde dich nie wieder sehen, Samantha. Norma, ich... Nicht ein Wort, nicht von dir. Ich habe sie gefunden, auf der Ferry. Und mit diesem. Das ist der da. Michonne? Sie ist die, die zu bemerken. Ist das wahr? Ich habe nichts gegen euch. Ich glaube, sie ist mehr als capable of speaking for herself, Randall. Ich habe nichts gegen dich, people. Gut. Das macht das einfach. Randall, escort diese Leute zu der Storeroom. Find einen Ort für die anderen zwei. Was? Ich habe... Das ist mein Bruder. Komm schon. Du hast das unter Kontrolle. Sam! Greg! Du bist okay. Geht los. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Woher sind sie, Pete? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was über Greg? Sieht ein bisschen empty, nicht wahr? Wie etwas fehlt. Glückwunsch, meine Frau ist gut zu bekommen. Sie wird herausfinden, was du mit dem resten gemacht hast. Und wenn sie nicht? Wir spielen mal mit. Das wird nicht passieren. Wir müssen rauskommen. Sie werden schluchten, Gregg. Diese Leute... Sie wissen nicht, was sie sind. Willst du ruhig sein, damit ich denke? Okay, du gehst sofort. Ich sollte nie mit meinem Bruder involvieren. Und jetzt, du... Wer weiß, was sie mit ihm tun werden. Warum sagst du, dass sie Gregg wehtun werden? Warum würde sie Gregg wehtun, wenn die zwei von euch nichts falsch gemacht haben? Weil! Diese sind nicht gute Leute! Mhm. Das ist meine Schuld. Ich bin so sorry. Ich... Ich versuchte nur, meine Familie zu schützen. Das ist alles. Okay. Was zum Teufel ist hier los? Ah, okay. Dann war sie das. Dann war sie das. Die Kante sind zu tief. Siehst du nichts, was wir mit ihm kümmern können? Alles mit einem scharfen Kante. Eine scharfe Kante. Mhm. Lass uns mal gucken. Zigaretten. Wartasche. Okay. Vorräte. Das ist klar. Schwimmwesten. Das ist klar. Schwimmwesten. Das ist klar. Schwimmwesten. Okay. Okay. Gut. Da drüben. Vorhängeschloss. Grumpelfer? Nee. Okay. Irgendwas fehlt. Ah! Ich habe versucht, euch zu helfen. Ich... Ich... Ich habe versucht, euch zu helfen. Ich... 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 Ich weiß. Sie denkt, sie ist gemein. Ja, auch gut. Komm schon! Wenn du davon raus willst, muss ich dir die Wahrheit erzählen. Ja, besser ist das. Was? Sag mal lieber die Wahrheit. Du sahst die Körper in der Ferry? Das war ein anderes Grupp. Wir haben es manchmal mit ihnen verhandelt. Randall hat sie alle. Jeder. Auch die Kinder. Er kamen mit seiner gesamten Crew. Und er hat sie einfach... Das hast du mit deinen eigenen Augen gesehen? Wie kennst du das? Habt ihr das passiert? Ja. Wir waren auf einer Supply-Run. Wir hörten Gunshots und Screams. Wir haben versucht, zu suchen, die Survivor zu suchen, aber... Dann haben sie das, was noch war. Das ist, warum das hier ist. Also ein Überfall. Das ist, was sie tun. Sie denken, sie haben alles auf dem Wasser. Was sie finden, sie nehmen. Und wenn du einen Kampf... Oh, du weißt, was passiert. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich sag mal nix. Das ist eine schlechte Idee. Das ist eine schlechte Idee. Ich hab' nicht gehört, eine bessere. Uh. Okay. Okay. Kein guter Zeitpunkt. Es kommt bestimmt die Schwester, ne? Oder? Nee. Wenn dann. Oh. Oh. Okay. Dann gehen wir mal mit. Die Schwester. So. Michonne. Danke schön. Das ist ein tolles Name. Norma. Ich wollte immer Veronica oder Gwendolyn als ich eine Mädchen war, Wieso denn? Genau. Norma ist kein schlechter Name. Wir haben hier Läden, die so heißen. Ja, er ist meine Pilsette. Hau weg, Norma. Okay, lass uns reden. Ja, Prost. Gut. Alles klar, Frieden, der Angebot hier. Ja, dann Schlückeleien. Dankeschön. Ich gehöre nicht zu Sam. Sie haben ein Funksignal gehört. Sie sind zusammen. Pete und ich haben ein Funksignal in der Shortwave. Es kommt aus der Ferie. Hey, Zachary. Ja? Ja, Janie, um einen Kru an zu den Mobjacken. Mal sehen, ob jemand anderes hat das Funksignal. Bringt jemanden, den sie finden, zurück hier. Okay. Sie brauchen Hilfe. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Wie geht es um eure Gruppe? Sind es andere? Ich muss wissen, wer mit dir ist. Sie können nicht informieren. Wir sind nicht die Einzigen. Dessen gibt es mehr von uns. Wir大enda sind. Jede sind nicht die Einzigen. Immer weniger МУЗЫКА Oh, Mann. Was genauso autonomous hält? Äh, du liegst genau richtig. Okay. Mhm. Das stimmt wohl. Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich versuchte diese Leute, das ist was wir hier machen. Ich bringe Leute in, sehen, dass sie sie fed, verletzten, nachzudenken. Was ist das, was Sie von ihnen nehmen? Die Salvage? Wir brauchen die gleichen Dinge, dass jeder macht. Wir poolen unsere Ressourcen, wir survive. Ich sage Ihnen nichts, Sie wissen nicht. Wir brauchen die Hände. Wir brauchen die Hände. Was? Wo ist die Rest? Was? Du sagst, dass du nicht mit den Kindern bist, aber Randall hat dich mit ihnen. Du hast das, aber noch mehr ist. Wo ist die Rest? Was? 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 Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Natürlich nicht. Du geh in den Knie. Was? 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 Ich weiß, er wird nicht mit mir sprechen. Seine Brüder hat sich wahrscheinlich mit allen verschiedenen Geschichten gefüllt. Also, du hast die Fragen gefragt. Lass mich weg! Es ist ein Schmerz in der Arsch, der in der Familie läuft. Gregg, ist es? Wir werden nur ein bisschen Fakt-Checken, Gregg. Mal sehen, ob deine Geschichte hochkommt. Es gibt keinen Weg, dass ich mit dir gesprochen habe, nachdem du deine Brüder... Oh! Aua! Tja, wir machen mal mit. Er ist verängstigt. Aua! Aua! Okay, wir versuchen wieder. Michonne? Derjenige an die Menschen. Du kennst, nicht? Er wollte wissen, ob es gibt andere? Es ist nur wir. Wir vier. Das ist nicht nötig. Er hat so ein kleines Aggressionsproblem, ne? Oh, er hat sich eingepullert. Kacke. Er lügt. Er lügt. Er lügt. Gott, für fuck's sake, Randall. Norma, bitte, okay? Das ist nicht funktionierend. Du wirst nicht das, was du willst. Was würdest du sagen? Ein Pferd und ein Lollipop? Er hat ein Punkt, Randall. Du hast es zu weit, wie du immer machst. Ja, das merken wir uns, ne, Randall? Wir sehen uns nochmal. Ich freue mich, dass du die Wahrheit erzählst, Michonne. Du, wie du so lange in dieser Welt lebst, habe ich keine Ahnung. Zachary, ein Wort in private. Nein. Gib ihnen einfach, was sie wollen. Ich werde es niemandem sagen. Ich werde es nicht erzählen, was hier passiert ist. Ich habe es nicht, aber ich bin sicher, dass das Geräusch ist. Ich wusste es über die Rotter. Ich habe sie vor, ich habe sie vor, ich habe sie verletzt. Es ist schlecht. Aber die Leute sind schlimmer, nicht wahr? Ich wusste es nicht, dass es schlecht ist. Möglichst. Sie wissen, was sie machen. Sie einfach nicht interessieren. Nicht alle sind wie diese Leute. Ich habe andere kennengelernt. Leute, die nicht töten, wenn sie es nicht tun haben. Ich wünsche sie hier. Ich weiß nicht. Ich sage das über Leute, aber Leute, Familie, sie sind die einzige Grund, die leben. Was, wenn du das nicht überhaupt hast? Ich habe sie hinter mir, meine Kinder. Ich wusste nicht. Du schiefst dir selbst, um zu leben, damit du weitergehen kannst. Aber wenn du dich aufhörst... Oh. Michonne! Du bist schwerer, Junge. Ich bin kein Junge. Ich bin kein Junge. Was machen sie mit ihm? Fragen sie ihm ein paar Fragen. Sam? Ich habe sie nicht gesehen. Wie spielen wir das? Ja, Michonne. Wie spielen wir das? Ich bin alle. Any day now? Really? Just tell the truth, Pete. Yeah, Pete. Just unburden your heart. Take care of this. Come on. Zachary? Okay. I just have a few questions. I know just where to put you. What the hell? Jonas! Haven't you got a patient that needs you? No, you can't just barge in here. Jonas. You do. Not everyone here lives in Squalor. Jonas and Zachary have the nicest room on the ship. The good doctor deserves it. Gosh, he just works so hard. What is it you do Zachary? Besides fuck Jonas. Was? Schöne Art, deine Leute zu wandeln. Oh Gott. Ich versuche dir zu helfen. Warte, nicht zu nah an sie. Bitte, wir müssen alle umschlussend sein. Okay, okay. Geh die Schnau aus meinem Gesicht. Hey, wer ist hier in charge? Du oder sie? Willst du Antworten? Geh mit mir! Stopp, stopp, nicht! Äh... Sag Randall, dass er gehen soll. Oh... Das wird ja immer besser. Oh Gott, wir müssen davon rauskommen! Wir müssen ihm helfen! So... Oh Gott, Craig... Ich kann ihn nicht... ...hier... ...ansehen. Hemd. Ich... ...zerbrochener Spiegelkabelbinder durchschneiden. Okay. Ah, komm her! So! Oh... So, jetzt... ...hinlegen. We need to lay him down. I'll find something to stop the bleeding. It's gonna be okay, Greg. I don't think it is. Don't say that! Ay, 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 hier ist wieder was los, ey. Oh, please! Come on, Greg! Come on, don't do this! Please, don't do this! Think of... Think of Alex! You're his hero! What will he do without you? Not if... Not if I could get hero. No, you are! You are, Greg! Please, hang on! Oh... He's gone. Oh, nein. So, und jetzt... ...wissen wir, was gleich passiert. He's going to turn, Sam. Genau. Er wird sich verwandeln. He's gonna... ...he's gonna become one of them. Es wird nicht lang gone. We don't have a lot of time. Oh, Gott. I'm gonna need your help. I can't. I can't. I just need another second. Please. I can't. I can't let you go yet. I love you. Come here. Get off me! I just... I just need more time. Oh... Greg, please! Greg... Schrauben sie her. Hold him down. Du kannst... Du kannst... Ich will nur dieفسe bloße... behave... Ah! Was?! Der will doch nicht! Oh das ist aber zäh! Voll auf die zwölf. Wir sollten uns anhören, was er zu sagen hat. Warum? Er ist ein Mörderer! Bitte! Du hast nicht diesen Rücken, du Scheiße! Hör auf damit! Das bringt nichts. Oh oh! Okay. Nächstes Mal bei The Walking Dead. Wir haben alle Dämonen, honey. Und ich habe schon etwas verdammelt. Aber du? Du bist ein ganz anderes Tier. Ich habe es in deinen Augen gesehen. Du bist ein Mörder. Das ist das, was du machst. Du wirst nicht wissen, was ich tun kann. Hahahaha. Jawoll. Alles klar. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein kleines Päuschen. Sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Ja. Ja.